Norddeutscher Rundfunk 2021 Epheser Kapitel 1, hier sagt es, dass der Gott, unser Sein Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis und erleuchtete Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welcher da seht die Hoffnung eurer Berufung und welcher seht der Reichtum seiner herrlichen Erbes bei seinen Heiligen. Erleuchtete Augen, ich habe hier ein Bild gemacht von Euren, ja, bloß ein bisschen zu nennenloten. Ich würde gleich dir für jede Eure ein Schriftfach zu geben, ich finde es nicht so hostig, ob ich will ihnen dort erklären, wo wir menschlich sind, fleischlich können wir sein, wo wir säilisch sind und wo wir jästlich sind. Und wie fingen an Bibel, die anhalt von diesen verschiedenen Euren, wo wir kicken können, wo wir Licht kregen können. Ich sage, mein Erster, wenn wir in Trouble sind, würde wir sagen, da würde ich mal selbst beticken. Kicken nicht einmal bloß noch andere, manchmal sagen wir uns Finger, wie wiesen weich, noch andere, drei wiesen an mich. So, wir müssen dann denken, dass, wenn wir weich wiesen, dann von uns, dass wir erst mal uns selbst beticken. Und die Bibel lehrt doch an, nicht, dass wir alle einmal uns selbst mal checken, wer wir sind, nicht einmal noch andere checken. Weil wir finden ja in der Bibel, dass wir alle nicht bloß nur eins tragen, sondern wir sollen auch dort, wo die anderen sind. So, das ist bad way. Aber wir verstehen dann besonders an unsere Troubles, wo wir beide sind, dass wir uns immer selbst beticken. Wir denken, dass wir uns immer noch eine Schuld haben, dass ich ein Trouble habe. Und wenn wir da mal rückkommen, wir haben verschiedenste darüber gehört, von wo wir uns gerne Gott geben, und was wir sehen, was uns charakter ist. Und wir haben am besten an denken an diese Euren, dass wir uns leren doden, uns selbst zu beticken, so sie können wir haben, als mit Menschen die Euren. Mit uns verständ, womit wir Dinge entscheiden, und prüfen, und sieben, kann ich sagen, mit die Euren wollen wir uns selbst checken. Und dann haben wir das nächste Stück noch an unsere Hortes Euren. Das fingen wir auch in der Bibel geschrieben, dass wir mal selber mit unseren Hortes Euren checken. Was meint das? Das sind unsere zäulische, emotionale Euren, können wir sagen. Dann fangen wir an dieper zu checken, als bloß, dass wir fleischlich checken. Wir checken einfach mal dieper an. Wo feil ich wirklich und wo er hat, wer ich sie. Und da ist, wo wir sehr viel mal merken, denn da ist eine wirklichkeit, weil ich die Wahrheit mit mir sage, dass wir zuerst tun, dass sie schuld. Das ist auch, wie wir alle heben. Das sind drei Wider. Dass sie schuld. Das ist, was wir mit diesen Horten besser sehen können, als bloß mit diesen anderen. Die Natur- und Fleischl-Horten checken viel mehr doller so, dass die anderen schulden. Wenn sie an, dass sie da existiert. Und da ist eine zäulische Euren, da möchte ich mal einmal doller die Wahrheit finden. Eigentlich schuldig. Und so ist es, dass wir von dem Gesatz hören, das Gesatz macht uns schuldig. Das Gesatz ist, um den Sinn zu verbringen. Das wird das Gesatz ist. Aber dann checken wir noch mal die Gottes-Euren. Das ist jästlich. Und diese Euren, die tun uns offenbar von der Dipe, Johannes Gottes. Weil wir mit diesen Euren checken tun, da wo wir anwürden wie berufen sind. Das Gott ein Plan hat für uns in uns Leben. Und nicht bloß in zuilen schütteln, oder in, was soll ich sagen, in Fleischl-Horten leben, oder wirklich in Euer leben. Und diese Euren bräuchten wir mal aufzumärken. Weißt du, das sind noch nicht unbedingt Gottes-Sinnungen. Aber wir checken an uns, Jesus, so ist Gott checkt. Und ich will ein bisschen mit erklären, was die Bibel uns lehrt. Wir sind noch Gottes-Euren-Ebenbild gemerkt. Also, das Duibste, was wir jästlich denken, planen, wir müssen uns verstehen, was das Duibste Gott lehrt. Und das wir mit Dioe mal checken tun. Das sind viele Biespäller, was ich würde gerne bräuchten, woher wir seinen können. Und wenn wir wirklich in uns Jäsen nennen, woher unsere Duibige viele sind, wo wir in der Freude oder in Anfriede reden, wenn wir mit Dioe ogen checken, dann mache ich mal, dass wir in der Freude, wenn ich mein Einer echt abgehe. Mein Fleischl jetzt echt abgehe. Das kann ich noch nicht unbedingt sein, wenn ich natürlich check. Dann sagt mir, es wird so viel Scheine sein, als wenn die andere mal die. Und das wir wirklich Gottes-Euren brücken zum checken. Und dann, wenn er uns dem Heiliger Jees schafft, da ist, wo die Euren aktiv waren. Da ist, wo das Tag wird, wo das Licht wird. Und da ist, wo wir mehr Seine können davon. Wir haben viel Müll in uns, dass wir gleich hier, wenn Menschen sich betieren. Nichts so? Wir ropen die Erhardung uit, das Evangelium. Ich sage immer, das ist eine schöne Arbeit. Sehr viele Missionare, sehr viele Georgia, die gleich hier, ute vor, das Evangelium rüberzubringen. Die Goede Nore rüberzubringen. Dass wir scheinen zu sein, dass Jesus ist die Storbevans, und die Sinne sind betont. Nehmt das an. Das wird scheinen, wenn eine Person kommt und sagt, ich sie verloren, ich gleich Jesus anzunehmen, und bete mit ihm, und er wird schafft dich. Das wird scheinen. Das ist der erste Level, wo wir beide wiederkommen. Wir seien ein, wir seien Verlorene sind da, und wir waren ja gerade von dem verlorenen Toaststand. Und hier werden wir wahr anbeten und betrachten. Ich sage, dann haben wir den ersten Level genommen. Nicht direkt, weil ich erkläre, dass wir viele Levels sind, zu betieren, aber es sind viele Levels, wo wir ankommen, und was Gott versprochen hat für uns. Und bloß, und Lukas, Kapitel 5, Da ist es, was wir eier gehabt haben, ich glaube, das ist der 17. Vers, wo wir anfangen, wo wir reden, wo Jesus, da das Sein, was all lang eier prophezeit wird. Und er sagt, hier ist das angenehme Jahr, oder angenehme Tid, wo Jesus ist. Und da ist diese Erredung, das Evangelium, rückgebracht. Laatste Engel, Markus, sagt er, Gott, und vertalt alle Welt. Das ist ein Gouden-Norrag. Matthäus, der Laatste Engel, sagt er, Gott, und leert alle Völkern. Der Evangelium, bringt ihn dort. Aber da sagt er, und heinerlei Hänger an, leert er das Hohlen, was er geholen hat. Und hier sind viel mehr Dinge, wo wir gerne annehmen. Ich sage, das sind die Lehnheiten, die er gegebt hat. Und ich sage, wenn man das Erste staubt, aber wir alle haben, und wir sind manchmal durch den Wind und Frieden, okay, nun sind sie betät, nun sind sie durch. So viele Menschen täuschen sich da, wenn sie die Hohlenkrankheit durchstellen. Nun haben sie mich betät, und ich sage, nun sind alle durch, nun sind sie im Himmel. Und dann werden sie wiederleben, und ich sage, die sind dann rein zu sterben. Aber die sind dann nicht rein zu leben. Die Freie sind, dass sie rein zu sterben. Nun kann ich sterben, und dann will ich nach dem Himmel kommen. Aber dann sterben sie nicht, und dann leben sie wieder, und dann kommen sie weiter im Trouble an. So, Jesus sagt, heute ist ihr kommet, um uns, dort leben, und viele junge Leute haben. Und da ist, wo diese Lehnheit noch sind, dann sagt, die nächste Staub ist die Heilung. Und da ist endlich ein geräutert Port von woher wir diese Klasse haben. Ich sage immer, diese Klasse, was wir haben, ist nicht bloß der Radung, das durchbauen, aber wir wollen wirklich diese Heilung noch rüttbringen, das auch zu haben. Sieht nicht ab, wenn ich im Leben angehen, wenn einmal sie war, schwar, kriegst du es erst. Dann fällt sich so, das war alle wahr. Und ich fange an zu twiweln, dass ich ihre Herbe hier ziehe. Wenn sie gar nicht feilen, dass der Himmel da oben ist. Warum nicht? Wenn sie an der Olle schweren die Körgung da haben. Wir haben nicht die Heilung getragen. Wir haben die Radung getragen, aber wir haben nicht ein Verständnis von, dass diese Radung die nächste Staub ist in der Heilung. Das wurde auch versprochen. Und diese Heilung nur dort trieb ich nach Licht. Dort sind nicht mehr die Staub. Wir können wirklich sein. Das habe ich auch versprochen. Was kann ich sein? Und natürliche Augen können sie auch sein. Solange wir natürliche sind, die Augen können sie sein. Aber wenn wir einmal waren, dass diese seilische Augen noch oben sind, sind auch die Jäsel die Augen. Gottes Jägen kommen an uns nähen, wenn wir wirklich diese Heilungen passieren lassen. Weit ihr was? Ein Mensch sich betieren hat, hat sich recht ein Deiper Frieden und das ist ganz wahr. Es glaubt nicht, dass die Brücke ist dort. Aber wenn ihr dann war, dass sie nur die Wunde haben, dann braucht ihr auch noch die Verständnis und die Brücke Heilungen. Wenn wir ständig nur die Wunde checken, wir gehen nicht nur um selbst Jahre an, um diese Heilungen passieren lassen, dann war einmal als unsere Erwartung nicht klar. Wens wir sind unsere Wunde. Wie steht je war in unsere oude Troubles? Anstert noch war wir, wenn ich an Denk an Verde Betierung wurde mir dort behandelt und sie mir dort ganz arig behandelt hat. Mein Vater verschlug mich für so Dinge was ich nicht getan. Das sind Wunde. Ich habe Jesus gegevt und wollte ihm auch vergeben und alles was er einmal ist hier noch. Wenn ich mein Vater sehe, dann fährt mich ein krank, und dann ist es schwer gespumst. So hohen wir dort. Wenn wir die Heilung nicht kriegen, dann hohen wir dort und hohen. So das nächste ist das Licht, wie das wirklich sein, dort wird Betrach, das schwer verdreht. Ich sehe hier Rat und da passiert Heilung an mir. Ich sage manchmal, dass viele von das schwer ist nicht plötzlich wech und wir fangen an top zu drehen und dort allein geht ans schein. Wir passen noch ab, dass wir nicht antworten und erklären wie das ist, wir merken dort, wenn mein Papa war, was mich so hart behandelt hat, es fällt noch an, aber ich nicht so. Dann fängt an top zu drehen. Und schließlich daß du noch hart an die Wand, so es wie ich da schmere oder andere be back dort und rät wir Lotha war los 19 noch heulen. Was sind diese Dinge, wenn wir dort bebacken? Und ich sage immer, das sind die ganz einfache Dinge, die wir da können. Du wirst nicht die erste Rede kriegen von das schlimmste, dass heute war ein Pakt und da weid out. Du wirst in diese andere einfache Dinge, die 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 heulen kann. Da ist schmere und schmere. Was fuhre. Die haben ihn vom Hof geschickt, dass er seine Sünde bezeichnet, dass er ein anderes Leben anfängt, dass er diese Erratung nehmen hat. Er will die Heilung sägen und kriegt noch eine Deiper Wund. Ein anderer wird sein Fuhre packt ihn in das Schlimmste an, der bloß ein Wort. So 10 Jahre ging mit diese Wund an. Das heilt nicht. Und er fangt an zu twifeln über diese Erratung wenn sie können die Versprechung nicht annehmen was Jesus sagt ab der Erratung wenn sie feilt nicht. Und das Mann hat gesagt hast du irgend was zu mensch mehr? Oh was mein Tod? Weil ich auf dem den Rott blistert die Verstunden haben. Ich auf mein Rott wenn du nicht kamst mit den Vorrat habe sein auf 10 Jahren und sie wohnt in der seltsche Kolonie sie trafen sich manchmal bei Gas oder am Stuh und sie sehen nicht ein wo es auch nicht mal. So ein Wund wie war. Dann fröh hat ich was du irgend was fingen was du mit war hat den Papa je . Und da ist das Schmer wo mit das Schmer schmer . Und schließlich Frau hat dem Worte reken dem Papa fehlt. Dann ist das Schmer am Tobias auch sage dass wir so jitzig mit John Deere combine. Okay. Dem gleich ja. Da komme ich nicht mal mit vor. Okay. Warum wirst nicht mal im Stuh vor ich habe den Kleiner spät dich John Deere combine. Dann sage du noch eine leh. Gleih du dort dem Papa die Lied schaffen. Yes dort gleich. Okay schrieb da im Bereich wie sei Papa viel mal danken für mich so gut lernen schaffen. Dann stoppte ein Dossier in seine Postbox an und dann will sein wort das so kohlen wort worsen. Dort ist dort Schmer wo die Kost Brücken zum diese Wundern schmeren. Ich weiß nicht was da passiert ist über lange Lotha dann sich mal war traf dann sagt er me ich sehe ein paar Mal mit meinem Papa auf gewaßt er kriegt mir die Koffe er will nicht schirrt ich traf ihn mit dem stuh dann kommt er und fragt er wo schreckst du mir so ein Koffe was tut der Koffe vor er mit mir yes das will ich dann sagt er ein paar Mal Koffe geh hat und dann sagt aber kann er nichts zu haben von Jezus gerät aber wir können anfangen wir dürfen gleich am vor zu Jezus ver den Hohlen aber das ist das Schmer was wir können brücken dass diese Heilung und wenn es dank kostet sein er sagt das wird besser und er hat ganz hoffn nicht nächstes Mal wenn die älter wird kommen dass sie haben das sei gut er will nichts und dann kann er anfangen zu heilen so wir kriegen Leche über das und weißt du was rot ist der nächste da mal nehmen wir das rot an wir seien wir sind geheult das schlimmste das ist vielleicht nicht ganz weich es vielleicht noch eine Wund wir seien wenn wir die Hand checken das ist das ist noch aber wird beter so hier ist mir wichtig dass wir sein können wir können so viele menschen die gehen bloß einmal haben versägen bang das to sterich geht nicht geht dann blieb hier liegen wir kriegen die Heilung das schlamm blieb da oh ja wie sein dass ihr eier seht ich habe ihm alles verjevt aber ich kann nicht mit ihm spazieren ich sage wenn Jesus ist dort gewaast wären wir hier im Himmel gebleben er hat so ein profite hier schaakt und die machen sie dood ich war bloß hier blieb halb ja allemal nicht er ging er auf und brach das kleiner combine den brach er her das ist ein was wir können tun und weet ihr was das ist so billig was für eine word kann das tun 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 und das nächste ist es bei dem Haar wir nehmen am an aus ein Haar so es sei in june trubbels leben wenn die an so trubbels sind die nicht ab ich sage nicht bloß die haar trubbels ich sage ich kann los von da und das sind duzende wei was das weich ans leiden dat wir können über kommen nächste ding was dat wenn wir so eine ding ist da doon war an ziel es dat wenn wir rütt kommen doon wir wirklich an die gemeinschaft ehrtens mit uns selbst und mit Menschen und vollkommen mit Gott vor ich merken vielleicht kommen wir da und sagen ehrtens mit Gott dann mit Menschen und mit mir ist das ein don was hier dort nehmen der Hauptsache ist die gemeinschaft mit Gott das klar aber wenn wir Menschen sind brug wie manchmal die erste trapp wie kann China noch gut noch so wie wir mit das in komb anfangen es ist ein ganz natürlich das spielt was ein 5 jahres jungen und dort haben wir in Brücken zu 70 jahres und Papa schmelten das was er jetzt tun so ein einfacher Ding und ich sage hier sind mehrere Rutzels wo wir keine Brücken eind es loht ihm nähen an dem anderen Trouble wat reken die viel das was ich am sagen das do ihm loht was es reken wo he sagt dem da wie am jitzig mit sin john dear combine dat wie ne dire nie maschine he allein gleich mit dito vorn so die kunde me mal stutz hier wahn he mera hat oder meid wir so go hier fängst wat wat he schatzt en wat dat koste on faan so sind ding wat wie kenne wieder kum diese jah meinschaft wäreglich wertvoll te merken stahl die nan an im andren sin leo en stahl die nan an diene leo en am brug gottes wertjungen de ban de all ma je kero wat du it leiv des so klin as die sand do der ich kann got diese jah meinschaft connect me so in der for ha ik me jah me jah mat me s a chod mein buah an starb wat ex so feil de we am jain me wat am a act do wie arach en et jah veil trubbels met dat an ander steed mer imal wie hij a gestalt tum de tjok bueen jo en an an had us a bered jeter broder zult an pa de a schofe en jah en a d rocke persoon ex schofe for d schofe en dat wier des ma n go tjok wier mi seyn in ds hofe ag wier de broder an axel ds hofe ok dan wier mi dot go dan wier dot for seken to down en na fru ha jo fek kon de drede verleiden do bern dan wier ag nich gebungen an krak do an do san wier 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 woot gerobt dan wier wier an en wier so mat na grub tup schofe na wier an pa san en wier am dot nich gau no axel krak do san wier wier en schoen sek wier ik me ook en chan nich en so jeng tot ewa en ewa en ewa bat ein mo mat ein dag dan fall mi mo wat bi na glab dat wier got is jas wat mi wat o mo di dis man wier amma knap an jeld di kon amma n schild betonen en hai hot z to lak wier zun ricka mensch act all in blis in no bas s tot dan did ak amma an biden dan seien in office kom fall mit a biden seien hoff kam ak wier dem wat an biden ak baut im duzen dolar an dan seien n kom ak begerust im schaf di in sei wier s woot di et fuk knap en ak ha duzen dolar lego wier nik brook wurscht du de gleichen te lehen ak wier die lehen ap unbestemde tit wend im kaskos aftolen tot bost min us o sa ich da keim grotz no jeld k k wier die lehen wier wat von dan an hoik an der noba von do an dreht sig tot ola en hier sa ik ma dit bel ha fuh mo di brook do mo di noba du do lehen do man and that they gans wat son du do 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 wier do 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 nicht so viel wie es sind. Aber hier will ich bloß sagen, Gott kann uns den Opa machen. Wir können aber einmal sein, und hier sind die Leinheiten, die wir da nicht kennen, und die sind wirksam. Auch wenn wir mal rauskommen, wo wir sind. Das ist ein Bild von Vergewung. Wo soll Vergewung? Meine Janker ist zu erklären, was ich gefangen habe an Vergewung. Vergewung ist und denkt, wir brücken und das kommen wir nicht durch. So ist es wie in der Klasse gehört, wir sind verloren ohne Vergewung. Und dort denkt man, wir glauben, dass die Vergewung kommt allein von Gott. Wir können nicht in der Fabrik eine Vergewung machen. Ich würde viel mal haben, wenn ich es könnte. Wenn es mir spätzt, ich mache mal so, mir fehlt eine Fabrik, weil ich die Kohn hole zum nächsten Mal geben. Wenn es sich hat, ich nicht. Und wenn du wirklich hättest, dort einen Strom, kriegst du eine Erwartung. Das ist so, wenn du ein von den Dingen wirst, wenn du so levelt sind. Wir sagen manchmal, oh, ich habe nicht geraten, ich bin dankbar, und ich bin dankbar, wenn Matthäus 8 hin, krieg von dem Schulter. Dort wurde alles verjiffet. Der hat alles verjiffen. Dann geht an dem Nächsten, in dem Verjaffung, ich bin in den Warchten, statt in dem Gefängnis, die muss alles betonen. Dort kann ich nicht mehr viel. Ich habe es nicht erlebt. Und ich glaube, ich habe auch. dass wir mal einmal, wie uns verlangt die Verjewung, aber dem Nächsten verjiffen, das ist so schwer. Und hier, ich kann mir jetzt bloß erklären, was die können tun, um das Wahrheit zu machen, und ich. wenn die diese Verjewung nicht sicher sind. Und was weiß ich dort, dass ich diese Verjewung, in dieser Verjewung nicht verstehe. Ich will Ihnen bitte erklären. Das ist die Verjewung, die von Gott draufkommt. Ja, denn, wenn ich das Wort schreibe, die Verjewung, ich habe es nicht, ich habe es nicht erlebt, ich weiß, was ich hier meine, ja, Tod zu stehen, aber sie an, und dann, wir gehen um den Schritt, bloß Tod zu stehen, aber sie an, aber sie an, dort verwirkt die Verjewung noch nicht. Wir brauchen noch, um den Schritt zu gehen, den Glauben durch Jesus Christus. Das wäre, wenn wir nicht verwirksam waren, wer nicht gelieft, der kriegt nicht die viele von der Verjewung, der kriegt nicht den falschen, glauben an die Verjewung, auch nicht. Wir brauchen das Schritt, und dann ist es bei euch, und wenn ich dort wirklich für Fall beleven kann, dann kann ich meinen Partner verjewen. Und wenn ich mich dann noch nicht verjewen kann, dann wird das veragreif. Hab ich einmal gedacht, dass ihr euch selbst auch verjewen müsst? Und ich will euch erklären, dass ihr verstanden könnt. Es sind sehr viele Menschen, die in den Sinn gefallen sind, die kommen und die Büsse, und ich habe nicht klar, dass sie dann um den Schritt gehen, aber die Büsse, wenn sie sagen, sind die hier da, dann gehen sie mit den Büsse, weil ich sie auch reich sein soll. Und dann sagen sie, oh ja, meine ich mal, wenn ich dort mal nicht hier da hat. Aber ich kann das andere Ding sein, weil ich viel mal, wenn ich so eine Klasse ist, das hat ein besonders der Eiche Klasse, dann kommen die Männer, und ich sage mir, warum können wir das nicht mal dadurch auf den Wegweiten? Wenn wir dort dann mal gewusst haben, dann haben wir nicht all das Trouble durchbeleven. Weißt du was? Die haben einen Trouble mit sich selbst verjewen. Wenn wir dort nicht verjewen können, dann sind wir eigentlich. Das meint, wir haben dort nicht ganz losgeladen. Wir holen dort nach vorne. Ich habe dort seine Kläger gewusst. Ich habe dort gewusst. Und dann schau ich mal dort. Eine wahre Verjewung anzunehmen, als sie geschenkt, das meiste ist, wenn ich die Welt diesen tollen geben will, dann sage ich dir, no, 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 ich will nicht gejewt sein, ich will liegen, ich will dir das Trouble geben. Er hält so viel von sich, das will ich keinen Trouble geben. Aber er ist ganz arm auf nichts. Er will nicht gejewt sein, er will betonen. Das ist ähnlich, was wir tun, wenn wir uns selbst nicht verjewen. So, die erste Verjewung, die zweite sagt, dass diese Verjewung ist, der Reden, dass du dir selbst verjewst, in der Karatee, aufgetecken, dein Fleisch, will ich euch, magst du verjewen. Wie mag ich das Anerkennung geben, dass mein Fleisch, ich mag alles verjewen. Wo ein Eich? Anseilischet Eich. Jesselget Eich, kann ich sein. Das mag das Fleisch, anerkennung, als das ist nicht kläger. Das ist, die Bungen vom Teufel. Das ist das teuflische Eich. Und das teuflische Eich, wenn dort mal einmal wörtlich wird, wird es mir ganz klar, wenn es in der Kongo ist. Dann kann ich das verjewen, wenn das erste, das ist, dass ich ein bisschen da, dass ich ein Lote an mich schaffen. Dann muss ich ein bisschen da. Und wenn ich ein bisschen da, in dem Krieg geht, dort ist, wo ich diese Verjewung da haben. Dann kriege ich Verständnis darüber. Dann kriege ich das Licht, wo ich schon reden. Dann sind wir nicht bloß bei der Ratung, dann sind wir alle, wie ich noch so ein. Das macht ein Unterschied. Und dann ist die vierte Verjewung hier. Und das sage ich einmal, das ist nicht deine Sache, diese Verjewung zu tunen. Diese Sache ist, die verlangt eine Gemeinschaft mit dem. Und das ist, was ich erst rede von dem Kampagnen. Das Mann, das schaue ich mir an mich, was kann ich tunen. Und ich habe die Zeit, die Verjewung, und dann kam ich an mich, und ich dachte, ich habe mein Vater verjift, aber von da glaube ich nicht mehr. Und das habe ich noch nicht getan, dass ich noch nicht die Gemeinschaft gezocht. Weil ich sage, so lange als die dort nicht an die Gemeinschaft fehlt, und ich frage ihm, hast du manchmal ein Trübel, die du verjift hast? Und ich frage mich, was ich noch nicht getan hat. Und ich habe viel mit dem, dass ich nicht klar habe. Soll ich mal reden, von der Heiligewissheit, das Karaketzel, die Verjewungsgewissheit. Das muss ich klar haben. Warte, wie das Brief ist, sind diese drei Dinge. Wenn ich noch eine Gemeinschaft verlangt, wenn ich noch eine Gemeinschaft verlangt, dann hast du klar, die kostet Verstunden. Aber wenn du nicht noch eine Gemeinschaft verlangt, dann hast du diese Verjewung nicht klar. Dann sei ich unter dem Druck, dann lebe ich in der Angst, wo ich Glatz von reden darf, dass ich mein Vater verjift, wenn es anders ist, wo ich nicht bei Gott verjift. Und wenn man dort ein Maat ist, dann erzählen wir das nicht. Das schritt nicht. Die sind das sind betont. Ich kann meinen Vater verjewen. Durch was? Durch diese Verjewung. Und ich brauche das manchmal aus dem Strom, dass ich Glatz aufbilde. Die Verjewung ist ein Strom. Das ist rein ganz bei mir. Durch diese Büsse und durch die Schritt, dann ist die Verjewung ganz bei dir. Das einzige Ding, was ich brauche, ist dem Krone aufdrehen. Das ist der Krone. Und wenn der Krone aufdreht, wenn ich dem aufdrehe, dann kann es sein, dass ich hier vielleicht, aber das schaffe ich noch nicht. Aber das Licht, wie Glatz nicht durch. Wenn ich dem ganz aufdrehe, dann ist er hier dran. Und wenn ich dem ganz aufdrehe, dann verlangt mich noch Gemeinschaft. Und weißt du, das wird das so fein schaffe. Und wie Gott sieht, war ich ganz gut. Dann wird das, was er sagt. Ich brauche manchmal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, Maun und Früh und Kinder. Oder Gott, Jesus, Maun und Früh und Kinder. Das ist eine Tät, die Gott geplant hat, die auf dieser Welt für uns Menschen hat. Gott ist über Jesus, Jesus ist über die Maun, und die Maun ist über die Früh, und die Früh, die Kinder sind die Kinder. Dann hat er so Schmack, dass er sagt, dass der Maun soll Christus unterdrehen sein, die Früh soll der Maun unterdrehen sein, und die Kinder sollen alle gehörsam sein, so soll sie sagen. Ihren. Da ist eine große Verhaltung ab dort. Ob er jetzt der Maun nicht hier drüht, dann ist die zwei. Ähnlich schafft er das hier. Das ist eine Verhebung, die ist da, aber wenn er eine, die nichts schaffen hat, dann schafft er das auch gar nicht. Das ist die Gemeinschaft, die wir können haben. Und hier würde ich viel mehr erklären. Das würde ich einmal klar sagen, dass die Gemeinschaft mit Gott, dort ist unsere Hauptsache, und dann eine Gemeinde vorig geworden, das ist ein Ding. Wenn ich die Gemeinschaft mit Gott habe, ich sage mal, ich weiß, wie ich so eine proste, anvollkommene Gemeinde geeft, wo ich da nicht leben geeft, und das ist Nummer eins. Oh, dann fangt er dann zu, dann würden wir dort nicht anfangen, hinein zu bleiben, na ja, so eine Gemeinde ist eigentlich, wie du glaubst, dass die Gemeinschaft ist in China. Okay, dann muss du an denken, an wahrer, anders als dein Pet, ja, dann muss das Pet mal an sagen. Du musst mal anders anfangen zu denken. Und so eine Gemeinde ist dort, da sind die, wo er fehlende Verhebung haben, und die hasst die Gemeinschaft. Du weißt, ich sage mal, du schmitst die Schlange rum, den ganzen Klampen, und flieh auch nach rum Santa Cruz, dann nehmst du das auch eine Gemeinde. Und dann sind es natürlich, nee, das ist nicht alle eine Gemeinde. Wir würden gleich bloß uns genommen zu haben, diese wie uns einig geworden, wo wir zu der Gemeinde halten. Und da waren sie in Trübel. Und ich nehme Jan um die Trübel hier auch nach, das heilt auch noch zu dieser Gemeinde, dann war ich da confused. Ganz verbiest das. Wenn diese Dinge klar sind, das will wir Gemeinschaft kriegen. Und die Gemeinschaft ist von Gott nur eins, und dann geht er nur um den nächsten Menschen. Und ich sage, manchmal, ein kleines von diesen Trübels, was wir finden, weil wir hier mal rutschkommen, dass wir uns erst an Christus holen, nah an die Gemeinde holen. Dass wir wirklich die Dinge an Christus holen. Einer sagt, mir hat sich ein bisschen so die besser erheblich von der Gemeinde haben. Du wirst bloß jeder so ein Christ sein, lasst ihn mal rauen, wo er rauen will. Ja, ich sehe von der Gemeinde haben, und ich sehe auch für rauen, wo wir rauen wollen. Wenn es wann wir eine Vergebung haben, dann wollen wir dort, was er rauen will. Ich sehe mal zu einer, die kommen noch eins und wollen von holen. Na jo, ich könnte ihn weil ich habe, ich weiß nicht, was du mit dem. Na, ich hatte uns versprochen, ich würde ein Phone nachher bringen, um zu bewiesen, dass ich dem lossehe, in meinen Nieren ist mir zu schoet, ich will den holen. Ich sagte, ich würde lieber in Utschles haben, was das tun. Wenn ich bei der Gemeinde in Utschles schrie, wenn das Phone, dem würde ich lieber haben, was das tun. Wens, war ist das? Das ist ein Ding, was wir kennen, einmal sein, an sie gemeint trage planen, das hat nicht viel gründ. Aber ich will das am drehen, ich sage, am, wenn in die Gemeinde und Gruppe wäre, ich würde lieber ein Phone haben, so das tun. Wenn ich mich nicht weiße ohne Phone, würde ich da warstraten, wo ich frei und Phone haben, wenn sie mit mir baden würden, wenn ich an die Mitraads immer teuerdeigt habe, in die Predja würde ich einmal kommen, und an die tschicken, und ich würde mich am machen, und ich glaube, aber nicht. Das soll ich immer draus haben. Warum? Wenn sie frei sind, mein hart soll oben sein, für alles. Das ist bloß ein Beispiel. Da sage ich, wir brauchen zu verstehen, dass eine Gemeinde das von Gemeinschaft. Nicht von den Plänen wollen alle die Gemeinde hören. Wenn es nicht ist, dass wir auch eine Gemeinde versteht mich nicht, nicht an eine Gemeinde leben. Die Gemeinde wo wir noch vor rekenen, die großartig fehlen. Ob ich mag das tun, das ist ein Ding, was ich bloß glaube, wo ich christlich sein. So sind es da auch und unsere Leute können wir sein. Und unsere Gruppe. Und wir wollen nicht für alle veracht und rutsch mit, wenn ich auch manchmal die loge, wo ich nicht in Gemeinde an hier. Ich brauche Hilfe. Ich habe Trouble. Ich sie fleischlich. Da brauche ich Hilfe. Und sie sind dankbar. Ich gemeinde Konzern würde bereiter sein, die kommen ein halb Meter ruts. Das wird eine Gemeinschaft erst. Und dort ist die Gemeinschaft wo wir keine kriegen. Wir haben ein bisschen wieder gehen. Viele Menschen denken, sie dürfen nicht Gemeinschaft haben. Ich will mich allein tragen. Hier ist ein Ding, was wir meist ärmer sein. Das wird darauf gehen. Diese Gemeinschaft brägt wir miteinander. Warum? Wenn es gotthaft hat aufgemerkt. Wenn wir Jesus nicht haben, dass er gekommen ist, hat uns dem Jesus gebracht. Ich weiß nicht, was das wird sein. Aber wenn sie sehen, was ich den Namen, radung und heilung hat diese Gemeinschaft opgemerkt, dass wir das kennen haben. Hier leben. Dann sagt er, diese Gemeinschaft ist uns neidig. Dass wir das zu sehen haben. Noch ein Ding werden betanen. Und das nächste ist das betanen. Das ist auch wahrer. Wenn ich die Gemeinschaft will haben, dann ich betanen. Das ist in der Versch wenn ich die Gemeinschaft will, dann ich vergewung betanen zu dem nächsten. Das ist eine Bekenntnis. Das braucht du nicht. Das ist eine Gemeinschaft. Das ist das, was betanen. wenn du was betanen zu diesem Menschen in Jesus sei selbst in Matthäus Kapitel 10 Versch 32 wenn die mehr betanen für Menschen dann wurde ich betanen für den himmlischen Futter. Er verspricht uns wenn seine Erratung seine Heilung seine Vergewung wieder zu anderen Menschen dann wurde dort wie Gott anstuhen für uns. Und wenn er dort anstuhen für uns dann jetzt ist der Strom geraten. So das was sein Ziel ist das soll hier drehen bleiben. Wir sollen nicht da fing wir zu kregen Matthäus 18 von das Schuldner kregen. Wir denken vielleicht so wenn ich diese Geschichte lesen dass Gott ist so strenger harsch in Gott. Wenn wir einmal nicht vergeben dann wurde unsere Schuld . Was wir alle tun rein und alle war reingeschmiert. reingeschmiert. So shall we that nehmen. We can that go and ask to do has the control and die was die diese vergeben kregen so Blo die widerregen dann ist alles vergift. So genedig hat sie. Ein don word von den sind die du done hast wo grote sind das blote rot. He mag die witt das schnei der den strom von vergeben. Ich zei manchmal wenn du ganz rood bebackt bist mit blot von Bernen von all die zinden die du gedoen hast. Wenn du diese vergeben strom der dich ran laatst das blot schild da rein alle rütt. Du warst ganz frie in rein. Mit wat? Mit hat wieder rekenen. En dat ist ein ding was wir viel mal nicht verstanden haben. Dat ist het ziel von ein klin dichter bei ein bespiel machen. Wir haben ein bespiel machen von morgen früh. Und wir sagen ich sie den Mann ich sie einen drinker. Und drink alle weg. Alle weg in ein zinnend oder frie oder so dann fange ich an zu ver. Und sagen wenn die kruder erst kommt dann ist mir das all betalig leid wenn sie hat so schlag. und ich kann da mal ver vile wie meine frie hat getan und ich kann vile wie die familie hat getan und weet wie du ich go war ab gnei und meine frie prache kost du mein mal vergeben ich will niemals drinken kost du mein mal vergeben na joh sag die frie war du da mal ab hier in dits na ek woi ab hier do mal maul ek wo a tsch maul me adrink dut passiert und hab i fehl gehet na sag ich die frie na jo ma den ich war a wurscht am at da wail ik wot passiert mondag go ik war schaufen ding sag schauf ik ma weg darsch me war dardoch noch doll na jo frie dach is bold ovend ek woi des werk nicht trinken bloß im beet darts is dat wieder jett lehm is als fern er so jett dat war en war nu wanne ek war go na mine frie bechanen sag jett selts jett du sit je feier weg al dine bechan nuscht helpt nuscht an en dat wo vi veel menschen ben fingen en so no am frie stod die wordt meid die wordt beschädigt dat eigen leven als twee verbruikt ober je haft het zoont dat ik moet erkan dat ik werkelijk verloor is ik niet bloß wanne dat drinken gals niet oina is raken op niet oina en ik kon mij dat met an nemen en du werkelijk bus en go num triets dan ha ik een andere pichant hier aan dan zei ik niet ik wanneer drinken dan zei ik go en zes wat dan red ik van to mijn frie zei ik weet wat ek ha dier gattes genood je zijn en dat ek een gals verloren is in de zi ik ha zes nus als zin in mijn hoort ik ma to stoan ik ha tjine kraaf jem drinken dier gattes genood van die verjevong wat hy haft dier Jezus Christus zijn bloot wil ik die weet looten dat wannek die kraaf broek goa dan broek ik niet meer drinken ek wil van een gans andere man zijn wat is de onderscheid van mijn vroo antwoord dat ik maar eenmaal zijn kan van mijn vroo antwoord dat een huiling ge passeer van een al maag ge kraaf dan maar eenmaal zei yes ik kan die vergeven dat is gans wat aan ik betaan Jezus Christus en weet dan staat er aan dat zei in kolosser 3 dan zei verjevang is hier wat je had een feierfache verjevang de eerste had feerlijk angenomen dat had gedoen en ik ook verjevd voor alles wat ze me gedoen had ik geloof dat is niet in de vroo wat een drink haf wat ik niet verscheid had kan me niet verstaan die verjevang is door en en dan je heb de verjevang hier trink en dan is dat een gemeenschap dat is wat verjevang brengen dat en werkelijk had broek wie dat een triet te dragen dat is nog een denk waar de triets christ is de korinther kapitel 1 vers 8 die erklärt dat karak van de triets de triets is dat geschenk wat je is bese dat irgende sind da wie zij ma een war hofje bese dat komt er in triets of een abgestalde bese dat irgendwer en war hofje bese dat komt hier dan stoer we to ons konzet zinde leven niet bloos trinken niet bloos horen wie ert chanen ons konzet zinde leven hoort en dort wordt bese fertig dan is dat op dan is dat reid to God sin jes nenne en dat is wat da passeren dat de teufel die as ons verklouren die willen ons dat verklouren die willen ons hier verklouren die willen ons alle ween verklouren en wanne dat werkelijk rechschafen geworden is rechschafen bese 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 dat 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 Tritts. Weil wir würde vielleicht sein, und ich will nicht erklären, dass der Teufel ist, wie Jesus ist, wir. Aber der Teufel wirkt dann uns dort. Wir feilen uns aus dem Verkläuer. Wenn ich so schwindelig war, in der Sinn, die Donauere, so schwindelig wurden Fehler gemerkt, dann ist der Teufel aus dem Verkläuer, wie Gott hat, was Gott nicht sagt. Er steht da immer und verklägt uns. Macht uns schuldig feilen. Und das muss wir klar haben, wenn wir diese Rechtschaft und die Büsse im Glauben an Jesus Christus, die Donen haben, dort wir starfen zu der Teufel zum Tod Jesus Christus, dann bräuchten wir die Kläuer nicht an ihm. Kann man ihm gesagt, die Jahre sind ein kleiner Junge, und ich weiß nicht, dass ich meine Mom bezeichnet hat, schwindelig für meinen Bruder, wo die Kläuer ging. Und wenn er hier schnell in den Kläuer stand, dann stand ich da besiedelt, Smile. Das ist ein neues Kläuer. Das hat ja alle berät. Dann sage ich der Mom, Tom, na, was hast du? Ich bin frei. Ich darf mich nicht Angst haben, wenn sie keiner gesagt hat. Ob ich nicht gerade gesagt, bloß mit Geschmack gerät, dann flotter ich. Was wird nicht, wenn mein Bruder schon was die Wahrheit sagen, dann werde ich da was verklaut. Das kann ich, was eine Rechtschaft und die Büsse da hat. Wenn du jetzt Büsse da ein Wort hätt, und ihn hört was ab, dann kann den Teufel nicht verklauen. Das ist doch nichts. Und das ist, was ich immer sage, Jesus ist nicht das zwischen uns Avogadro, wenn wir das nachher wählen, uns Lawyer. Er steht ein für uns. Weißt du, was ich immer antun, da, beim Avogadro, das ist mein Leben. Ich gebe mein Leben vor sein Leben, jo. Ich lasse mich los. Mein Fleisch wird, ich los. Und Jesus Christus ist da. Und dann wird er anstoßen für mich. Dann ist heute, was er sagt, ich kann, deine Pana. Ich weiß, wie er ist. Help dem. Und ich weiß, dass deine Pana steht ohne, wie die Teufel ist, und was ihm immer verabschiedet. Und ich weiß, wie er in die Trübel sind, dass er ihm hier rein alle hat, dass er ihm mit Lasttrübel hat. Help ihm. Ja, für mein Engel. Dass er hier, dicht an dieser Bar, wo er immer noch ist, schaue mein Engel an, dass er da toos was, wenn er verabschiedet. Wenn sie pragen, für mich in der Versuchung. Weißt du, das sind Bilder, was wir an uns durchstellen, wo Jesus Christus von uns anstoßen hat, wenn wir von ihm anstoßen. Wenn wir bekannt sind mit ihm. Weißt du, was, wenn er kann man dann die Vernahme reden, was ich anstoße. Und wo ich anstoße? Durch die Dinge, was ich erforderlich habe. Das kann ich wieder sein. Dort sind diese Bekanntnisse, was wir tunen. Und ich sage, manchmal, so ein Mensch, die sagen, wie das für alle Menschen sein soll. Nee, ich sage, nicht, du mag es. Aber kostet das, dass wir eine Gelegenheit bekommen, um zu zeigen? Dann haben wir die Gelegenheit wahr. Wir dürfen uns nicht verstecken, wir können Oben sein, wir können Gott, alle ihr geben, was wir getan haben. Das geeft uns kauf, ich da jeweilig mit zu sprechen, Lied, was in Trouble sind, Männer, was in Trouble sind, früher, Schinger, immer, was, wenn die in Trouble sind, nehmt die Gelegenheit zu zeigen, nehmt die Gelegenheit zu betzahlen, das nicht in Mathe zu betzahlen, das ist eine Gelegenheit, was wir haben. Wir kennen den Teufel, ich sage, wir kennen die Dähtumia, was wir betzahlen tun. Und andere Dinge, vorerst, noch ein Ding, was wir tun, auch eine Gelegenheit, von Jaha viel gemacht in die Familie. Die sind mautlos geworden, oder Jaha doll geworden, oder Jaha beleidig gewesen von die Zeit lang, so dass die Familie das angeworden oder nicht angeworden. Aber je beleven mal eine Erluisung, eine Radung, eine Heilung. Weet wie je kann gestoigt worden zu zum heim. Tjenga top kreun und das zat in tol atjah von de on wat schein zu vertellen. Ich will ganz was gut nicht vertellen. Weet je wat, ich sehe ein Mensch und je weite dat ich die letzte Zeit viel mal vergrunt gewaast. Dat zei alle angeworden nicht so. Wolle ich hing ein bisschen docker nicht alle. En weet je wat, ich habe durch Gottes genoed an je sein dat ich will je bongen. Und ich habe durch Gottes genoed können loskommen da von und ich will nicht alle sagen von nu an soll ich ein anderer Papa haben. Gott will mich helpen so ein Papa sein als Jun fehlt. Und ich frage Jun will ich für mich beden dass ich etwas kann. Weet ihr was da passiert? Erwärtsung an Familie. Ich habe das zu sein. Wir haben mein lied getaubt. Ma und Papa werden in trouble werden. Dann wollen sie haben oder sie will ihre Kinder halten. Sommige werden verbunden mit das. Dann kriegen wir alle to Dann habe ich 10 minuten die Bibel erklärt wo Menschen frei werden kann. dann ich dem Papa ein Zeugnis geben und Mama ein Zeugnis geben. Ich leide das an. ist dort und wo einer dort sein kann wird die Teufel mat verloten ist dort heim. Und da sind manchmal Junges die werden und wenn Papa da mit Raten bechant und zeugt von Jesus der Ratung dann trümpelt die Teufel taub an dem Jungen. Man steht bloß ab vor dem Papa an und sage Papa das ist meine Schuld. Wenn eigentlich wir so jene angewäßt dann wird die nicht so gut haben. Das ist ein Ding was wir leben können. Das ist ein Ding was Gott tut wenn wir wellig sind vor Jesus zu tun. Das wird wir brauchen. Wir haben die Kraft über der Teufel und der Glaube als sich wird die Welt über Wunderhaft. Und das shall wir am Gloven annehmen. Weet ihr, wir sind nicht von der Welt, wir sind eine Welt. Wenn wir als Christen leben, Gott übergeben, dann sind wir nicht mehr von der Welt, wir sind eine Welt. Und das ist was uns die Leere will. Und dass wir dort klar haben, dass wir nicht unterliegen. Gottes Erratung ist, dass wir durch den Glauben sein können. Wenn wir wirklich diesen Glauben annehmen, was hier ist, dann können wir über wenden. Hier sage ich es, durch den Glauben sei wie mit Gott seine Eugen. Wir checken mal mit Gott seine Eugen, dass wir glauben, wie es der Wahrheit. Das hat wieder am Anfang. Gottes Eugen sind immer unsere Eugen. Und wenn wir arm loten in uns wohnen, dann haben wir doll an seine Eugen. Dann schau wie so checken, dass er checkt. Wir können uns niemals erheben. Das fängt in Matthäus Kapitel Tien vers 24 da sagt die jenge ist nicht ever meister und die ober nicht ever sein haar. Und das sagt häng er an. Was dann? Das ist genug want wir sind so die haar. Und das ist ein Ziel. Das ist nicht ein Ziel dass wir so wie kommen als Jezus ist. Wir wollen bloß so sein als Jezus ist. Das ist was an ziel ist. Dann habe ich nicht die moten hechen erauf. Und weißt ihr was das braucht nicht klug hat um sein als Jezus ist. Das braucht bloß ein hand gegeben das hart verarm dass wir arm kontrollen an das Leben und die schwager das he macht dich. Und ans Leben ist ein Kampf mit sich. Das ist unser Leben. Wir sind Soldaten für Christus mit all die reit schafft für uns fehlt. Wir tjane ever wenden. Das ist das Gouden Reich das kann.